Lassen Sie mich frei! Und was macht Jenny von Blackpink hier? Blackpink! Sie ist auch eine Geisel von mir. Sie ist super viel Geld wert. Sie lassen mich jetzt sofort gehen. Was, wenn nicht? Dann kommen Sie mal näher. Okay. How you like that? Ja, gib's ihm, Jenny! Leg dich nicht mit Jenny an! Psycho. Psycho ist von Red Velvet. Wie bitte? Nichts. Hol uns hier raus, Jenny. Mach irgendwas. Okay. Hit you with that... Was war das jetzt? Du hast gesagt, ich soll was machen! Aber doch nicht sowas! Was machst du da? Ich versuche es zu beenden. Nein, warte! Sarang ham ni da!